Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute erstellen wir ein Post-Process Material mit dem wir in der Lage sind Objekte hinter anderen Objekten oder in anderen Objekten sichtbar zu machen. Zum einen mit einem Overlay. Das gleiche gilt natürlich auch für sichtbare Objekte die vor anderen stehen. Selbstverständlich können wir hier auch unterschiedlich regeln. Das heißt das kann ich jetzt auf fünf stellen oder umgekehrt und natürlich können wir die Farbe anpassen. Dazu haben wir noch eine Outline. Die können wir auch stufenlos anpassen von 0 bis 100 Prozent. Die Stärke kann selbstverständlich angepasst werden. Das ganze auch natürlich für vorne. Und auch von der Outline kann die Farbe gewechselt werden. Ja und das erstellen wir heute zusammen und ich würde sagen wir legen direkt los. Zunächst einmal zum Setup. Ich habe mir hier ein ganz normales neues Level aufgemacht. Hier das Basic Level habe ich mir genommen. Dann habe ich einfach ein paar Shapes hinzugefügt. So ein paar Cubes hier reingezogen. Vom Starter Content irgendwelche Materials draufgezogen, damit man was zu sehen hat. Und natürlich auch hier das Third Person Character Model und dann noch eins dazu. Dann noch ein Post Process Volumen. Das ist sehr wichtig. Das findest du hier oben unter Volumen und dann da Post Process Volumen. Wenn du etwas auf Anhieb nicht findest, kannst du auch einfach hier oben anfangen zu schreiben. Also einfach einziehen und fertig. Wenn es aktiv ist, also angeklickt hier oben, dann bitte unter dem Details Panel einmal nach UNB oder Unbounds suchen. Dann den Haken setzen. Dann gilt der Effekt, den wir jetzt hier gleich einstellen wollen für die ganze Map. Wenn nicht, erscheint der Effekt nur, wenn du dich mit der Kamera innerhalb des Volumen befindest. Dann erstellen wir auch schon unser Material. Rechte Maustaste, Material und ich nenne es Overlay, Outline, Post Process Material. STRG, SHIFT und S, um alles zu safen. Und das können wir auch direkt zuweisen, indem wir dann hier draufklicken auf das Post Process Volumen und hier oben anstatt UNB einfach Material oder Met suchen. Dann findest du hier Post Process Materials. Da haben wir auch das Plus. Und jetzt einmal auf Asset Reference und dann kannst du die auch schon reinziehen. Und dann können wir auch schon ins Material springen. Hier gibt es auch noch eine Voreinstellung zu treffen oder besser gesagt zwei. Die Material Domain muss von Surface auf Post Process gestellt werden. Und hier unten die Blendable Location von After Tone Mapping auf Before Tone Mapping, um Jittering von den Outlines zu vermeiden. Jetzt können wir auch testweise einmal unsere Texture nehmen, unsere Scene Texture. Und wo ist er? Da. Und da auch schon mal den Stencil Pass auswählen. Custom Step. Wo war der? Ich glaube weiter unten. Custom Stencil. So. Wir haben zwar noch nichts zugewiesen, aber trotzdem müsste es schon schwarz werden. Genau. Also dieser Effekt hier ist, weil er auf Anbauen steht, jetzt im ganzen Level bzw. in unserer Kamera jetzt sichtbar. Und weil wir noch kein Stencil aktiviert haben bzw. kein Objekt zugewiesen haben, ist jetzt alles schwarz. Das können wir jetzt und hier ändern. Damit wir mehr sehen, können wir natürlich von Lit auf Unlit ändern. Jetzt sehen wir wieder alles und können zum Beispiel das Objekt anpassen. Hier dann einfach Depth angeben unter dem Details Panel. Und dann hast du hier den Custom Death Pass. Und wir nehmen hier das Stencil Value 1. Das gleiche können wir auch mit allen anderen Objekten machen, die wir brauchen. Ich nehme das jetzt hier noch mit rein. Hier auch und hier auch. Ich schaue mal, ob ich die beide kriege. Ne, da muss er wahrscheinlich wieder raus. Genau. Also wir rendern das im Custom Death Pass und nehmen das Stencil Value 1. Und ihn machen wir jetzt hier einzeln. So. Du kannst es natürlich bei dir einstellen, wie du magst. Also welches Objekt dann den Death Pass und das Stencil Value haben soll. Und mehr brauchen wir auch nicht. Jetzt kommen wir wieder zurück in Lit. Und du siehst, alle Objekte, die wir dann hinzugefügt haben, die erscheinen schon hier. So, die Note habe ich gelöscht. Wir können auch direkt loslegen. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich einen kurzen, kleinen Teil schreibe und dir dann zeige, was der bewirkt und dir dann kurz erkläre, wo die Reise hingeht. Zunächst brauchen wir einmal die Pixelgröße. Die Scene Texel Size. Weil beide Seiten gleich groß sind und wir nur eine brauchen für die Berechnungen. Maskieren wir den G raus und gehen dann direkt in einen Multiply. Ich drücke jetzt die M-Taste und die linke Maustaste. Dann geht das ein bisschen schneller. Und jetzt brauchen wir auch schon die Outline Stärke. Das heißt, wir gehen auf die linke Seite. Ich drücke die 1 und die linke Maustaste und verwandele das Ganze in ein Parameter. Nenne es Outline Stärke. Damit das Ganze ein bisschen einfacher zu handeln ist, führe ich dies direkt, wenn ich schreiben kann, in eine Named Reroad. Nenne es auch Outline Stärke und mache die einfach blau. Jetzt kann ich im ganzen Graphen einfach rechte Maustaste drücken und dann auf Named Reroad und meine Outline Stärke hinzufügen. So, dann kommt ein Append. Der ist ganz wichtig, denn der gibt die Richtung an, in die multipliziert wird. Was das bedeutet, zeige ich dir dann sofort. Danach können wir es auch schon wieder dem Bild, also der Kamera sozusagen adden. Ich glaube Screen. Screen Position. Und eine Add Node. Klassische. So, machen wir das so. So, und jetzt wird es wieder hinzugefügt. Das Ganze ist jetzt quasi unsere erste UV-Seite und die, damit du es direkt siehst, probieren wir auch direkt mal aus. Für unseren Stencil, natürlich nicht für die Scene Color. So. Und dann wird auch schnell klar, was wir vorhaben. So, hier hat sich jetzt noch nichts geändert, weil wir die Werte noch nicht angepasst haben. Für unseren Cube jetzt zum Beispiel. Oder ich nehme einfach ihn hier. Da ist es ein bisschen besser zu sehen, denke ich. So, wenn wir jetzt hier einmal reingehen und die Outline Stärke auf sagen wir mal 50 erhöhen, dann ist es halt ziemlich krass das Ergebnis. Dann siehst du, dass sich unser Objekt rein technisch nicht verschoben hat, weil die Editor Outline ist ja immer noch an der selben Stelle. Aber rein optisch hat es sich nach links verschoben. Und das haben wir hier mitgemacht mit der Outline Stärke. Also die Outline Stärke ist der Weg, die Strecke, wie weit es jetzt nach links gegangen ist aus unserer Sicht. Und die Richtung, dass das jetzt links ist, ist jetzt hier der Append mit 0. Der wird sich gleich auch wieder ändern, wenn wir das Ganze kopieren. Denn das werden wir jetzt viermal kopieren. Für links, rechts, oben und unten. Und das Ziel ist es, rein optisch quasi hier in der Outline nach links zu schieben, nach oben, nach rechts und nach unten. Und dann die Mitte auszuschneiden. Und dann haben wir, und dann fügen wir alle Seiten wieder zusammen und haben so dann unsere Outline für jedes einzelne Objekt. So, um ein bisschen Zeit zu sparen, habe ich einfach genau das gleiche hier kopiert und ein, zwei, drei Mal eingefügt. Ich habe noch nichts verändert außer den Kommentar. Links, rechts, oben und unten. Damit es ein bisschen übersichtlicher bleibt. Und jetzt können wir uns um rechts kümmern, also um die genaue Gegenseite. Das heißt, hier brauchen wir eine Note mehr. Wir machen jetzt hier ein bisschen mehr Platz. Und schieben das Ganze ein bisschen weiter nach rechts. Und brauchen hier die Divide Note. Und hier geben wir einfach ein minus eins. Und das bedeutet nichts anderes, dass das, was wir hier gemacht haben, umgekehrt wird in die andere Richtung. Also vorher hatten wir links aus unserer Sicht und jetzt bekommen wir rechts. Das Ganze können wir jetzt auch direkt anschauen. Wir wollen es einfach mal testen. So, und jetzt ist es nach rechts verschoben gewesen. Du erinnerst dich, eben war es nach links verschoben. Das Ganze brauchen wir jetzt noch für oben und unten. Dazu müssen wir erstmal hier den Append, also die Richtung verschieben. Das heißt, hier mache ich das einfach und ich drücke jetzt die linke SDRG-Taste, Steuerungstaste und schiebe den Pin einfach nach unten und den zweiten ziehe ich hier nach A. Also quasi über Kreuz. Und schon haben wir oben. Ich muss mal gerade schauen, ob das wirklich oben oder unten ist. Was das ist, ist jetzt völlig egal. So, ist nach oben verschoben. Jetzt das Gleiche nochmal. Wir wollen einfach das Gegenstück haben. Also verschieben und natürlich in Divide rein. Und dann kriegen wir mit minus eins unten. Das können wir nochmal testen. Und schon haben wir nach unten verschoben. So, das kann jetzt weg. Nochmal zur Ansicht. Und jetzt haben wir quasi einmal eine Outline links, einmal eine Outline rechts, oben und unten. Aber wir haben ja nicht nur die Outline, sondern auch immer den Rest. Also jetzt hat es ja nach unten verschoben. Hier wäre unsere potenzielle Outline und den Rest hier, den wollen wir ja gar nicht haben. Also müssen wir uns unter anderem als nächstes jetzt darum kümmern, dass die Mitte ausgeschnitten wird und nur die Outline übrig bleibt. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Platz gemacht. Wir testen wie immer mit links. Wir haben unseren Custom Stencil, den verschobenen und hier brauchen wir nicht alle Werte von der Color. Deswegen kommt wieder eine Component Mask zum Einsatz. Und wir maskieren nur einen Wert raus, den R-Wert hier. Und das können wir auch sofort testen. Es hat sich also nichts getan. Es ist immer noch nach links verschoben und komplett weiß. Perfekt. Und jetzt können wir das Ganze kopieren. Jetzt haben wir hier einmal die normale Variante von einem Custom Stencil und unsere verschobene Variante, wo links ein bisschen was rausguckt. Und wir wollen die jetzt voneinander abziehen. Deswegen brauchen wir eine Substract Note. Und ziehen von unserer verschobenen Variante die normale Variante ab. Das wird natürlich sofort getestet und du siehst, alles andere ist abgezogen worden und nur unsere Outline bleibt da. Und genau das machen wir mit jeder anderen Seite auch. Und dann sind wir unserer Outline schon mal einen ganz großen Schritt näher gekommen. So, das Ganze habe ich jetzt einfach noch dreimal gemacht. Es ist exakt das Gleiche. Einfach nur kopiert, sonst nichts verändert und du kannst es auch sofort testen. Wir nehmen jetzt irgendwas anderes mal rein und schauen uns das Ergebnis an. Egal wie wir uns bewegen, immer eine schöne Outline. Natürlich nur auf einer Seite und jetzt kümmern wir uns darum, dass die alle miteinander verbunden werden. Oder besser gesagt zusammengefügt werden. Gerade ist mir aufgefallen, dass ich eine Kleinigkeit vergessen habe. Und zwar bei oben und unten müssen wir nicht R, sondern G masken. Weil es ja die andere Seite ist. So, und um das Ganze zu verbinden, brauchen wir die Add Node wieder. Rechte Maustaste, Add eingeben. Das Ganze einfach ein paar Mal kopieren. Und genau das. So viele brauchen wir gar nicht. Die hier noch. Fügt jetzt das dem hinzu. Also das Ergebnis hier raus. Dem Ergebnis da raus. Also oben und unten. Und links und rechts. Das können wir auch prüfen direkt. Dann haben wir schon mal die beiden Seiten. Und jetzt werden wir die auch noch miteinander verbinden. Und ich denke mittlerweile dürfte klar sein, wie das dann aussehen wird. Trotzdem immer testen, testen. Das empfehle ich auf jeden Fall, damit du alles nachvollziehen kannst. Jeden Schritt. Gerade bei Materials kann es sehr schnell unübersichtlich sein. Und du siehst, für das erste ist das good to go hier. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Art Outline. Noch nicht perfekt. Aber es passt schon soweit. Also man sieht schon mal, wo die Reise hingeht. So rein technisch können wir unsere Outline ja auch schon einfärben. Ich drücke jetzt einfach mal M für Multiply und die linke Maustaste. Und 3 und die linke Maustaste für einen Vektor 3. Mit einem Vektor 3 mit RGB kann man ja eine Farbe bilden. Das mache ich mal einfach hier. Und zeige dir kurz, wie das aussieht. Aber hier sehen wir schon sofort, die Szene fehlt. Ja, wir haben jetzt nur unsere Outline eingefärbt. Die ist natürlich auch noch nicht ganz fertig und auch viel zu groß gerade, wie du siehst. Aber unser Problem ist hier erstmal, dass die Szene fehlt. Wir müssen irgendwie erstmal an die Szene kommen, an die Daten. Und das Ganze dann noch richtig verbinden. Mit der Scene Texture Note, die wir eben ja auch schon... Ah ne, nicht. Texture Size. Scene Texture. Die haben wir ja schon ein paar Mal benutzt. Können wir hier den Post Process Input 0 auswählen. Und das ist die Szene, so wie sie wirklich ist. Ohne irgendwelche Änderungen. Und genau, wie ich eben schon sagte. Mimo an mich selbst. Apply, apply, apply. Sonst wird der Effekt nicht ausgeführt. Und ja, hier sehen wir überhaupt keine Veränderung. Das ist die Szene, also so wie sie ist. Die brauchen wir. Und wir brauchen das. Und offensichtlich funktioniert Multiply nicht. Denn hierfür brauchen wir ja etwas, was das irgendwie kombiniert. Und da gibt es eine besondere Note, und zwar die Lerp Note. Such aber nicht nach Lerp, sondern lieber nach Linear oder Line. Geht auch. So, und dann nimmst du die Linear Interpolate. Und dann kommt die Lerp Note. Die brauchen wir jetzt. Die funktioniert wie folgt. Du hast hier unten einen Wert. Wenn das eine 1 ist, dann wird der B-Input hier durchgeschleust. Und wenn das eine 0 ist, dann wird A-Input durchgeschleust. Das ist wie eine kleine Weiche, wie so ein kleiner Switch sozusagen. Man kann hier oben einfach das Post Process Input 0 hinzufügen. Und hier unten die Farbe. Und dann mit Add den Alpha Wert. Und dann kann man das hinzufügen. Denn du erinnerst dich ja, wenn wir das hier einfach haben, also dieses Bild haben, dann sehen wir hier schwarz und hier weiß. Also ein ganz klarer Unterschied. Es kommt also hier rein und steuert. Alles was weiß ist, nimmt also die Farbe mit hier raus. Und alles andere was schwarz ist, das nimmt die Szene so wie sie in Wirklichkeit ist. Jetzt haben wir hier noch ein kleines Problem. Denn das hier ist ein Float Free und das ist ein Float For. Und wir benutzen wie eben auch unsere Mask einfach, um das zu lösen. Wir maskieren einfach RGB raus. Beziehungsweise wir maskieren A raus und nehmen RGB mit. Und schon hat der Lerb nichts mehr zu meckern. Wir applyen das und sind dann noch fast fertig. Denn wir sehen zwar unsere Szene jetzt und auch unsere Outline. Aber alles andere ist noch ein bisschen dazwischen so ein bisschen verbuggt. Und das liegt daran, dass wir höhere Werte als 1 hier in den, also Alpha mit höheren Werten als 1 gefüttert haben. Deswegen oder theoretisch auch mit niedrigen als 0. Und da der am besten arbeitet zwischen 0 und 1, müssen wir hier noch dafür sorgen. Und das war das Clampen. Schreiben kann ich auch nicht mehr. Sprechen auch nicht mehr. Aber ich hoffe ich schaffe es gerade noch so. Also die Clamp Note ganz einfach zu beschreiben. Alles was hier von links nach rechts rein läuft, wird einfach auf einen Minimumwert gesetzt. Und auf einen bestimmten Maximumwert, den du auf der linken Seite hier bestimmen kannst. Der Standard ist auch genau das, was wir brauchen. Das heißt egal was hier reinkommt, wird mindestens auf 0 gesetzt und Maximum auf 1. Was genau unsere Lerb Note hier auch braucht. Also kann die jetzt mit sauberen Werten arbeiten. Und wir schauen uns das Ergebnis jetzt nochmal an und sehen, dass das schon sehr gut passt. Dieses ganze Verpackte hier ist weg. Jetzt können wir auch schon hier nach vorne gehen wieder. Und mal eine richtige Outline Stärke nehmen, zum Beispiel 2. Und haben auch schon einen großen Schritt jetzt bewältigt. Wir sehen die Outline und die sieht auch schon rund aus. Die kann man jetzt auf 1 stellen, auf 2, auf 3 und so weiter. Und jetzt geht es daran, das individuell nochmal ein bisschen anzupassen. Also die Sichtbarkeit anzupassen. Ob das jetzt vorne oder auch hinter Objekten sichtbar sein soll und so weiter. Und uns fehlt natürlich auch noch das Overlay von dem Objekt selber. Und das kommt jetzt als nächstes. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Platz gemacht. Für den Overlay Effekt brauchen wir unseren Custom Stencil wieder und die Mask direkt. Ich habe das einfach mal weg kopiert. Dann sieht das wieder so aus wie am Anfang. Das könnte man jetzt natürlich einfach mit einer Farbe multiplizieren. Aber wir haben ja schon gelernt, das reicht nicht aus. Denn wir wollen ja auch mit dem Kram hier arbeiten, den wir schon gebaut haben. Und deswegen brauchen wir einfach noch einen Lerp. Den kopiere ich jetzt auch. So, und wir brauchen natürlich auch eine Farbe. Ich drücke die 3 auf die linke Maustaste. Dann nehme ich dann einfach mal die Farbe. So, rein technisch müsste das jetzt hier oben rein. Weil alles was schwarz sein soll, das soll ja dann einfach weitergegeben werden. Alles was weiß ist, das soll unsere Farbe sein. Und hier unten würde dann unsere Maske reinkommen. Aber wir haben ja gelernt, wir müssen klempen vorher. Weil sonst sieht das ein bisschen buggy aus. Deswegen klempen wir das Ganze auch wieder von 0 bis 1. 0 bis 1 bedeutet im Übrigen schwarz bis weiß. Und das kommt dann hier rein. Und schon haben wir unseren Overlay-Effekt. Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, wann der sichtbar sein soll. Und das machen wir als nächstes. Hierfür nutzen wir dann eine Material-Function. Dazu einmal die rechte Maustaste drücken. Dann auf Materials gehen. Und dann suchst du die Material-Function raus. Ich nenne dir jetzt Sichtbarkeit an aus MF. So, den Namen hier nehme ich einfach raus, weil der mich persönlich dann stört am Ende. Lass den aber gerne drin, wenn du magst. Wir brauchen hier wieder eine Scene-Texture, weil wir zwei Dinge vergleichen wollen. Das kommt ein bisschen weiter nach links. So, wir brauchen einmal Scene-Depth und einmal Custom-Depth. Und die beiden wollen wir miteinander vergleichen. Das ist ja schon mehrfach gesehen in den vorhergehenden oder beziehungsweise eben empfohlenen Videos. Custom-Depth und Stencil-Pass. Auf jeden Fall gucken, wenn dir der Vergleich jetzt nichts sagt. Und wir wollen wieder eine Maske haben. Same-Same. Und das läuft dann in ein If. Und so haben wir schon mal A, B, was wir abfragen können. Und mit A, B können wir dann hier unten arbeiten. Der Output hier, der kommt natürlich direkt aus dem If. Der meckert noch, weil wir hier nicht alles angegeben haben. Wir brauchen jetzt hier noch ein Input. Das ist das, was in die Material-Function dann sozusagen eingegeben wird. Das zeige ich dir dann gleich noch. Rechte Maustaste. Scaler geht das? Ne, ich glaube Input müssen wir nehmen. Function Input. Und dann können wir umstellen auf Scaler. So. Und der kommt dann hier rein. Wenn A gleich B nicht ausgefüllt wird, dann nimmt er das, was hier drin ist, hier oben drüber. Und der andere hier unten, der kommt bei A kleiner als B. Hier können wir auch schon einen Namen vergeben und auch einen Standard. Zum Beispiel, ob das sichtbar hinter einem Objekt sein soll oder sichtbar vor Objekten. Schreibt hier natürlich rein, was dir am besten passt. Hier können wir dann einen Standard vergeben. Das wäre dann zum Beispiel 0 und sichtbar vor Objekt. Das wäre dann bei mir immer 1. Aber auch hier entscheide selber, was am besten passt für dich. Das können wir noch ein bisschen zusammenlegen. Und dann sind wir hier auch schon fast fertig, denn wir brauchen teilweise ja noch die UVs. Deswegen müssen wir hier noch mal ein bisschen weiter machen. Wir brauchen hier auch wieder ein Input. Obwohl, den können wir uns einfach hier nehmen. Und dann machen wir hier ein Vektor 2 draus, weil das ja UVs sind. Und die kommen dann hier rein. Den nenne ich natürlich auch anders. Den nenne ich einfach UV. Und ich glaube, der meckert jetzt, wenn wir sagen Apply. Achso, ne. Der meckert nicht. Der will aber ein Preview haben. Deswegen geben wir eben noch ein Texture Coordinate. Für den Fall, dass er keine UVs kriegt. So, ich gucke es mir nochmal an. Das müsste jetzt alles sein. Der geht hier rein. Gut, dann sind wir hier schon good to go. Mehr ist das nicht. Und die können wir jetzt für viele verschiedene Dinge benutzen. Und das ist dann auch der Vorteil von so einer Material Function. Aber das zeige ich dir als nächstes. So, zurück in Material würde man jetzt ja davon ausgehen, dass wenn ich jetzt die Function suche, sie hier auch finde. Aber das muss man direkt und individuell pro Material Function einstellen, dass man die in der Library findet. Ich bin jetzt hier auf der Output Node. Wenn ich jetzt irgendwo in den Graph klicke, dann komme ich zu den individuellen Optionen. Und dann muss ich hier Exposed to Library anklicken. Apply. Dann wieder zurück. Und dann finde ich sie. Jetzt kann ich hier auch noch eine individuelle Beschriftung hinzufügen. Hier steht ja nur der Name einfach gedoppelt. Das bringt gar nichts. Und so kannst du dir, wenn es mal unübersichtlich wird, dann eine eigene Beschriftung oder ein eigenes Label hinzufügen. Außerdem passt mir die Anordnung jetzt nicht von den Inputs, die wir gesetzt haben. Die kann man auch individuell anpassen. Und zwar, wenn man hier drauf geht, dann haben wir hier die Priorität. Die stelle ich einfach mal auf 3 von oben nach unten. Also klein nach groß. Und auch wieder Apply. Und dann ist das UV-Set hier unten und hier oben sichtbar vor und sichtbar hinter. Damit können wir jetzt arbeiten. Als erstes fügen wir jetzt diese Material Function hier in unser Overlay ein. Und dann können wir das schon individuell anpassen. So, gerade eben ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen. Ich war hier ein bisschen zu schnell. Das muss vertauscht werden. Und ich erkläre dir auch genau warum. Also vor muss hier rein. A ist größer als B. Und hinter muss hier rein. A ist kleiner als B. Wir vergleichen ja hier den Scene-Dev mit dem Custom-Dev. Und wenn der Scene-Dev, also A, größer ist als der Custom-Dev, dann ist er weiter weg. Und das bedeutet wiederum, wir können den Custom-Dev sehen. Und wenn jetzt hier bei Vor eine 1 reinkommt und die durchgeschleust wird, dann schalte ich somit mein Overlay frei. Wenn es Vorobjekten ist. Wenn der Scene-Dev kleiner ist als der Custom-Dev, dann ist er dahinter. Und dann kann ich, wenn ich hier in eine 1 reinschleuse, Objekte bzw. unseren Custom-Stancil-Overlay-Effekt ausführen, wenn er hinter Objekten ist. Und so funktioniert das ganze System. Das hatte ich hier eben kurz vertauscht. Also einfach vertauschen und dann bist du good to go. Und dann können wir uns auch schon um die beiden Parameter hier kümmern. Die werden wie das andere auch vorne erstellt. Ich drücke die 1 und die linke Maustaste. Dann wird mit der rechten Maustaste ein Parameter daraus gemacht. Das nenne ich jetzt ov für Overlay. Und dann for Objekt sichtbar. Das können wir direkt kopieren, weil wir brauchen ja noch ein zweites. Und hier ersetzen wir einfach vor. Durch hinter. Dazu brauchen wir natürlich noch eine named rewrote. Beziehungsweise brauchen wir nicht. Ich nutze die aber sehr gerne hier in dem Fall. Das ganze wird kopiert. Und dasselbe Spielchen nochmal. Hier nehmen wir dann dieselbe Farbe. Ich benutze einfach die Farbe als Farbe für Overlay. So können wir das gut unterscheiden. Dieses bläuliche wird dann unsere Outline Farbe sein. Und das halt unsere Overlay Farbe. So ein bisschen color coded und ein bisschen organisierter wie ich finde. Und dann sind wir hier auch schon good to go. Das können wir jetzt hier schon verwenden. Rechte Maustaste und dann hier drauf. Da haben wir einmal hinter. Und einmal vor. Das dann noch in die richtige Anordnung. OV Vorobjekt sichtbar. Kommt in Vorobjekt. Und hinter in hinter. Und jetzt können wir hierfür schon unsere Standards vergeben. Dazu müssen wir wieder einen Shot zurück. Und zwar in OV Vorobjekt sichtbar. Auf der linken Seite. Ich möchte gern, dass Vorobjekten das standardmäßig nicht sichtbar ist. Weil ich persönlich einfach davon ausgehe. Wenn du das aktivierst. Dann willst du wahrscheinlich Objekte sehen. Die hinter irgendwas sind. Die versteckt sind. Also lasse ich das auf 0. Stell dir aber ein was du möchtest. Das geht von mindestens. Also Minimum 0. Bis maximal 1. Und das andere. Genau umgekehrt. Hier möchte ich, dass wenn Objekte dahinter sind. Standardmäßig sichtbar sind. Die gehen auch von 0 bis 1. Wie gesagt. Das passen wir hier dann später noch an. Damit du einen Wert hast von 0 und 100. Und kannst dann hier alles ein bisschen genauer einstellen. So. Jetzt haben wir unsere Standards schon durchgegeben. Und die werden auch entsprechend durchgeschleust. Jetzt müssen wir es nur noch implementieren. Wir wollen ja, dass der Wert zwischen 0 und 1 hier irgendwie in Verbindung mit dem. Was wir halt sehen gebracht wird. Um den Alpha zu steuern. Und um das einzubinden. Beziehungsweise um das zu steuern. Nutzen wir eine Multiply Note. Das ist hier der einfachste Weg. Denn du weißt ja. Hier kommt nur 0 oder 1 durch. Und wenn wir etwas mit 0 multiplizieren. Kommt es halt nicht durch. 1 da ist es voll da. Und irgendwas dazwischen. Da wird halt dann die Variante davon angezeigt. Das heißt wir können langsam von ausgeschaltet. Über einen gewissen Prozentsatz nach oben gehen. Und 1 ist dann halt komplett eingeschaltet. Und das müsste man auch schon so sehen. Es gibt noch eine Kleinigkeit die wir dann regeln müssen. Und zwar diesen Fehler in Anführungsstrichen. Hier vorne haben wir ihm ja eine Texture Coordinate gegeben. Für die Preview. Aber wir müssen ihm noch sagen, dass er die auch verwenden will. Deswegen hier das kleine Häkchen rein. Apply. Und dann ist er auch weg. So jetzt haben wir unsere Standards ja hinterlegt. Hier Vorobjekten mit 0. Also Vorobjekten wollen wir nicht sehen. Hinterobjekten wollen wir standardmäßig sehen. Also müsste es hier schon zu sehen sein. Und es hat funktioniert. Das ist dann der erste Teil den wir dann regeln können. Später werden wir das natürlich auch noch in einer Material Instanz verwenden. Denn das ist ja ohne weiteres möglich. Wir haben ja hier Parameter. Und diese Parameter kannst du in der Instanz ganz easy im Editor anpassen. Das werden wir gleich alles zusammen nochmal testen. Aber hier machen wir jetzt erstmal weiter. Wir haben ja gesehen es funktioniert. Der Standard wird umgestellt. Wir können es auch einmal switchen. Einfach nur damit du es gesehen hast. Wir sagen einfach hier diese Variable ist jetzt gerade 1. Und diese ist 0. Und jetzt ist es umgekehrt. Alles was du wirklich sehen kannst. Das ist mit einem Overlay versehen worden. Und alles andere eben nicht. Switchen wir das mal wieder zurück. So jetzt haben wir den Status Quo wieder erreicht. Das werde ich jetzt gleich noch ein bisschen anpassen. Beziehungsweise aufräumen hier. Und dann machen wir mit dem Overlay weiter. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. So ich habe jetzt alles mal nach rechts gezogen. Das ist wohl das Beste. Also ab dem Punkt wo wir hier subtracten. Nach rechts gezogen. Das brauchen wir hier. Weil ab hier müssen wir das multiplien. Und außerdem brauchen wir ja auch die UVs später. Deswegen ist das sicherlich der beste Punkt. Ich kopiere mir diese Function einfach rein. Und die muss dann hier rein. Zunächst machen wir uns aber wieder die entsprechenden Parameter. Eigentlich können wir das direkt kopieren. Es ist genau dasselbe. Nur mit OL für Outline natürlich. Dann auch kopiert. So das habe ich mitgenommen. 0 0 1 0 0 1. Und hier machen wir dann 1. Weil das wird ja hinter. Das soll dann der Standard sein. Genauso wie hier unten auch. Wieder eine Reroad. So wird auch alles kopiert. Natürlich in derselben Farbe wie die Outline. Ist das viel übersichtlicher. Zumindest mir gefällt es sehr gut. Und rein damit. So die können wir jetzt schon benutzen. Schmeißen wir das als erstes mal hier rein. So vor zuerst. Ne Quatsch. Nicht die. Overlays. Sondern die. Outlines. Kommen hier rein. Und dann. Dürfen wir nicht vergessen. Dass die UVs auch noch mit an den Start kommen. So. Hier rein. Oder vielleicht ein bisschen zusammen. Und so. Weil das ist jetzt das Wichtige hier dran. Wir haben jetzt wieder. Genauso wie bei der Outline hier unten. natürlich unsere Parameter. Die dann entweder sagen. Okay. Das wollen wir jetzt sehen. Oder das wollen wir jetzt nicht sehen. Also davor und dahinter. Genau das gleiche. Nur. Hierbei. Kümmert er sich ja um. den ganz normalen Custom Dev. Und das ist die. Das ist das Objekt so wie es normalerweise wäre. Und hier gucken wir ja extra. Dass wir das Objekt verschieben. Damit wir unsere Outline bekommen. haben. Wenn wir die Outline anpassen wollen. Müssen wir die UVs. Die wir hierfür benutzen. natürlich mitnehmen. Ja. Machen wir es mal so. Das sieht jetzt halbwegs vernünftig aus. Dann kommt ein Multiply rein. Genauso wie. Hier unten auch. Ist eigentlich alles dasselbe. Nur dass wir diesmal die UVs mitnehmen. Wenn wir den hier reinpacken. Dann. Können wir gleich alles wieder nach hinten verschieben. So. Und im Grunde. Ist das jetzt genau das gleiche. Hm. Das ist besser. Das ist auch hier mit in einer Linie. Ist der innere Monk zufrieden. So. Nehmen wir das mit. Kopieren wir das einfach. Ja. Und jetzt ist eigentlich nur noch ein bisschen Fleißarbeit. Das verbinden. So. Und jetzt ist eigentlich nur noch ein bisschen Fleißarbeit. So. So. Dann sieht das auch schon gar nicht schlecht aus. Und jetzt können wir es auch schon testen. Schauen wir mal rein. Ja. Outlines sind da. Lassen wir mal gucken. Was wir hier eingestellt haben. UVs. Multiply. Ist alles gut. Vor. In vor. Hinter. In hinter. Und hier haben wir 2 mal 1. Dann brauchen wir. Den natürlich nicht mehr. Das wäre dann unser Standard. Genauso wie der hier unten. Müsste eine Seite weg sein. Genau. Die Vorderseite ist weg. Und du siehst. Ich gehe mal in den Game Mode. Wirklich nur eine schöne Outline. Wenn der hier drin ist. Perfekt. So. So. Hier sieht man es auch schön. Der geht ja hier noch eigentlich weiter. Und dann wollen wir es natürlich umdrehen. Nehmen wir hier die 1. Und hier die 0. auch perfekt. Sehr schön. Ja. Und beides geht natürlich dann auch. Dann haben wir es schon. Und. Ja. Jetzt können wir schon daran arbeiten. Das Ganze ein bisschen einfacher für uns zu machen. Also natürlich eine Material Instanz zu erstellen. Und dann stellen wir unsere Konfiguration noch um. Dass wir von 0 bis 100 gehen. Also prozentual. Wir können jetzt hier auch. Das haben wir noch gar nicht gezeigt. Wir können jetzt hier natürlich auch 0,2 nehmen. Dadurch dass wir das immer multiplizieren. haben wir auch die Möglichkeit das ein bisschen abzuändern. Was auch ziemlich cool ist. Ähm. Ich gehe mal hier. Auf 0,5 oder so. Einfach damit man irgendwas mal sieht. Ähm. Dann wird es halt ein bisschen durchsichtiger. Was auch ein bisschen cooler ist. Und das werden wir auch mit einbauen natürlich. Und das machen wir jetzt als nächstes. Dann kommt danach noch Pro und Contra. Weil ich finde das auch sehr wichtig. Ich habe auch viele Tutorials gesehen darüber. Und meistens wird halt immer gesagt. Hey. Hier hast du eine Outline. Aber es wird nicht so richtig über die Nachteile. Zum Beispiel von einer Outline gesprochen. Ähm. Auch wenn man sich bewegt. Manche Outlines. Die ziehen dann ein bisschen nach. Auch diese. Man sieht es nur nicht so gut. Und woran das liegt. Was es da für Einstellungen gibt. Und so weiter. Das kommt auch noch alles zum Schluss. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Material Instanz. So eine Material Instanz zu erstellen ist ganz einfach. Einfach mit der rechten Maustaste auf unser Material. Dann Instanz. Und dann ist sie auch schon da. Wichtig ist. Und ich muss jetzt einmal hier zurück. Aus dem Game Mode. Auf meinen Post Process. Volumen. Und hier gebe ich nochmal Med ein. Weil wir wollen ja nicht unser normales Material nutzen. Sondern die Instanz. Also einfach reinziehen. Und jetzt mit einem Doppelklick drauf. Können wir all das. Auch ganz chillig hier im Editor einstellen. Alles einmal durchchecken. Perfekt. Und jetzt sorgen wir dafür, dass wir das noch in Gruppen unterteilen. damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Auch in unserer Instanz. Und wir sorgen dafür, dass es jetzt nicht mehr von 0 bis 1 geht. Sondern eben von 0 bis 100. Damit es ein bisschen einfacher ist, hier die genauen Werte zu treffen. Fangen wir direkt hier vorne an. Die Outline Stärke zum Beispiel. Hier kann man klempen von 0 bis sagen wir mal 4. Dann haben wir hier die 0 bis 1. Da machen wir dann 0 bis 100. Das Ganze können wir hier auch einstellen. Und zwar für alle. Wenn es gleiche Werte sind. Also gleiche Objekte, die du anklickst hier. In dem Fall 3 Scaler. Dann kann man das auch für alle gleichzeitig machen. Also 0 bis 100 jeweils. Und der Trick dabei ist jetzt. Das Ganze einfach dann nochmal durch 100 zu teilen. Im Hintergrund. Und dann haben wir wieder einen Wert von 0 bis 1. Nur man sieht es halt nicht. So. Alles noch. Wenn man die Nodes trifft. Oder treffen kann. Dann hier verbinden. Dann sind wir hier auch good to go. So. Das kann ein bisschen weiter ran noch. Die können wir erstmal so lassen. Aber da könntest du theoretisch dasselbe machen. Das müssen wir jetzt auch schon sehen. So. Viel besser. Und das Gute ist, dass es dann gleichzeitig auch voll an und aus. Perfekt. Dann ersparen wir uns den Rest. Und als nächstes kommen dann jetzt hier noch die Gruppen. Wir haben jetzt hier Outline. Und wenn du mit einer anfängst, dann werden die Nächsten die dann auch noch haben. Also zur Verfügung. Ich zeige es dir jetzt. Ich nenne es einfach mal Outline Gruppe. Und wenn wir dann hier reingehen, dann musst du das nicht bei jedem reinschreiben. Sondern die haben die dann automatisch auch. So. Die sind in der Outline Gruppe. Und hier haben wir noch unsere Overlay Gruppe. Und dann kannst du dir noch, oder ich zeige es dir erstmal so. Jetzt haben wir zwei Gruppen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass Outline oben ist. Dann vor und dann hinter kommt. Dann kann ich das auch noch kategorisieren. Ne, priorisieren. Andersrum. Genau. Ich habe jetzt hier Outline. Ich habe jetzt vor und ich habe jetzt hinter. Und unten ist jetzt die Priorität. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass Outline die Priorität 1 hat. Dann vor die Priorität 2. Und hinter die Priorität 3. Dann haben wir hier wieder vor. Das ist Priorität. Ich glaube, fängt das von vorne an? Ich glaube schon. Das weiß ich gar nicht. Das können wir jetzt gerade mal testen. 1, 2. Weil es ja unterschiedliche Gruppen sind. So. Ich bin gespannt. Ja. Perfekt. Dann haben wir das auch schön sortiert hier. Okay. Cool. Dann gucken wir mal. Alles geht. Gut. Dann haben wir das auch schon. Dann fehlen hier jetzt nur noch die Farben. Dazu hier einfach auf der Farbe rechts klicken. Converter Parameter. Entsprechend benennen. Gruppe nicht vergessen. Die Priorität lasse ich groß, weil es eher am Ende der Gruppe stehen soll. Und hier nochmal das gleiche. Das sieht dann so aus. Natürlich aktivieren. Und dann können wir es auch kurz testen. So. Das funktioniert. Das natürlich auch. Und dann sind wir hier schon mal. Zumindest was die potenziellen Parameter angeht. Good to go. Eine Kleinigkeit. Wenn du magst, gibt es noch zu fixen. Wir haben jetzt eine Gruppe. Das ist jetzt eine Stencil Gruppe. Wir benutzen ja hier immer das Custom Stencil und das Stencil Value 1. Wenn du hier irgendeinen von den Actern, der die Outline haben soll, anklickst. Und dann nochmal hier. Das eingibst. Dann siehst du das ja. Und das kann man natürlich ändern. Und man kann mit dem Stencil Value 2 zum Beispiel dann alles hier einmal kopieren. Und dann sozusagen eine zweite Gruppe damit versehen. Und dann Stencil Value 3, 4, 5 und so weiter. Dann kann man nur noch sagen, dass die Gruppe 1 vor der Gruppe 2 oder hinter der Gruppe 2 sichtbar gemacht werden soll. Und so weiter. Damit kann man also noch sehr viel machen. Wenn du möchtest, dass das Material erweitert wird, dass wir uns damit ein bisschen mehr beschäftigen. Dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Jetzt ist es erstmal so, dass ich ja nur Stencil Value 1 benutzen möchte. Vorerst. Wenn ich möchte. Also wenn ich es erweitern möchte. Aber auch gerne dann weiter damit arbeiten möchte. Und deswegen müssen wir eine Kleinigkeit fixen. Und zwar zeige ich dir das mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier einfach sage, das ist Stencil Value 20. Dann werden unsere Werte verfälscht sozusagen. Denn hier lesen wir ja das Stencil Value aus. Hier kommt die 1 raus. Also in den Farben natürlich. Wir nehmen nur R und arbeiten damit dann. Wir führen das in einem Multiply aus. Hier auch. Das ist das Custom Stencil Value 1. Es wird gemaskt, gemultiplied und dann geht es hier weiter. Hier wird es zwar geklemmt. Aber da wir hier Multipline und nicht dahinter. Müsste der Clamp. Und ich zeige es mal ganz kurz. Dann hier hinzugefügt werden. Damit egal was für ein Custom Stencil Value reinkommt. Nur das ganze bis zu maximal 1 geht. Und so ein Clamp ist übrigens nichts weiter als ein Min. Und ein Max zusammen. Das können wir jetzt auch mal kurz prüfen. Wir gehen auf Apply. Und schon ist alles wieder good to go. Egal was für ein Value hier steht. Es kommt immer nur maximal 1 durch. Und ja dann sind wir hier. Sag ich jetzt mal. Wenn wir das nur so nutzen wollen wie hier. Dann schon mal besser aufgestellt. Unsere Werte werden nicht mehr verfälscht. Und wenn wir jetzt so eine Clamp benutzen wollen. Und ich habe vor das ganze zu Clampen. Wir benutzen aber nicht Clamps, sondern was anderes. Das zeige ich dir dann gleich noch. Dann müssten wir das ja hier einsetzen. Hier, hier und hier. Und da wir insgesamt ja nur Clampen wollen zwischen 0 und 1. Damit diese Gruppe immer schön auf 1 gehalten wird. Können wir auch eine andere Note benutzen. Und zwar Saturate. Und die ist auf vielen Computern sogar umsonst. Da frisst das Ding hier fast keine Performance Power. Steht auch hier. Und das Ding klemmt halt immer zwischen 0 und 1. Bei dem normalen Clamp hier hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten. Du kannst Min und Max bestimmen. In unserem Fall ist das ja einfach nur ein Deckel den wir drauf setzen. Und das wollen wir ja auch nur haben. Solange wir mit einem einzigen Stencil Value arbeiten. So außerdem sparen wir ja natürlich schön Performance. Das ganze kommt jetzt hier rein. Und da wir ja separat alle UVs verschieben. Müssen wir das leider dann immer pro Seite hier nochmal hinzufügen. Ich mache das jetzt zum Schnelldurchlauf. Ist ja immer nur das gleiche. So überall hinzugefügt. Gut. Dann hätten wir das auch geregelt. Können wir auch direkt mal testen. Outline. Passt. Und hier. Ja ist eigentlich dasselbe. Können wir uns schenken. Machen wir trotzdem. Ist alles gut. Also jetzt wird es überall geklemmt in Anführungsstrichen. Und das auch noch mit einem Performance Ersparnis. Also perfekt für uns. Und dann haben wir das hier auch schon hinter uns. So auf der rechten Seite einmal unser Material. Ein bisschen weiter nach rechts geschoben. Weil wir nur die Einstellung brauchen. Und hier die Project Settings. Ich habe oben einfach nach Anti gesucht. Und Mobile eingeklappt. Mobile brauchen wir hier für das Windows Project nicht. Aber das Problem sag ich jetzt mal ist das gleiche. Und es geht um dieses klassische Outline Jittering. Und dieses ganze rumgeflackert und so weiter. Und warum das manchmal verpixelt ist. Und manchmal nicht. Und darum kümmern wir uns jetzt. Und ich finde darüber wird auch zu wenig gesprochen. Hier haben wir ja auf Before Tone Mapping umgestellt. Der Standard ist natürlich After Tone Mapping. Und wir können uns mal ganz kurz anschauen wie das dann ausschaut. Verpixelter und blasser auf jeden Fall. Und der Standard hier in der Engine wäre je nach Version natürlich die Super Resolution. Also das TSR. Und du siehst es jetzt schon ohne dass ich mich bewege. Dass es anfängt zu jittern. Und das ist etwas was ich jetzt zum Beispiel gar nicht durchgehen lassen würde. Das würde ich für mein Spiel gar nicht nehmen. Du wahrscheinlich auch nicht. Da wird man ja wahnsinnig wenn man da drauf guckt. Und deswegen ist es mir wichtig dass wir darüber reden. Und es wird schlimmer. Guck mal hier. Es wird schlimmer wenn du dich bewegst. Da beißen sich sozusagen diese beiden Welten. Es soll ja immer alles schön aussehen und angepasst werden. Und hier muss man halt dann muss man dann schauen welches System man nimmt. Also das ist teilweise auch persönliche Präferenz. Standard für dich wäre glaube ich eine Vierer. Es ist das TAA. Das ist glaube ich nicht so aggressiv wie das andere. Ja das geht es ist ein bisschen besser. Es geht nicht so krass in die Seite. Obwohl manchmal doch auch hier. Da gibt es natürlich noch das. Multi Anti-Aliasing. Das MSAA. Da gehen die Striche jetzt nicht so nach links und rechts. Aber sie flackern mehr. Siehst du auch hier. Alles natürlich immer in Mühe. Muss man immer gucken. Das könnte man je nachdem für was man das einsetzt. Vielleicht auch noch durchgehen lassen. Je nachdem was du hier brauchst überhaupt auch. Und wie ich finde am besten ist das FXAA. Das ist das älteste. Das ist schön sauber. Auch nicht perfekt. Aber von denen auf jeden Fall das sauberste. Und dann müssen wir wiederum schauen. Wie das in der Kombination ausschaut. Denn wir benutzen ja. Wenn wir. Moment. Von der Super Resolution kommen. Dann nutzen wir ja normalerweise. Das After. Quatsch. Das Before. Tone Mapping. Um das. Um den Fehler. Dann auszumerzen. Aber. Schau es dir an. Der zieht dann auch nach. Und besonders. Also hier ist es jetzt besser. Aber besonders. Wenn du die komplette Outline hast. Dann ist das so. Fast so. Als wenn da Wind von einer Seite. Auf den Charakter. Geboostet wird. Und die Pixel zur anderen Seite weg gehen. Das geht natürlich dann auch für. Oben unten links rechts. Das ist ja alles gleich. Ist ja klar. Und die Outline wird halt immer wieder neu gezeichnet. Und das ist halt. Das Problem was man dann hat. Also das würde ich drin lassen. Und dann kann man hier normalerweise dann anpassen. Und hier kannst du dann. Schauen was für dich das beste ist. Ich habe entschieden. Also ich habe für mich entschieden. Dass das hier auch nicht geht. Das TAA und das Multisampling war glaube ich auch nicht so geil. Ich war besser als das TAA. Und das beste war glaube ich das hier. Für mich zumindest. Es ist natürlich dann leicht verpixelterer. Aber ich finde die Outline an sich sieht so einfach am besten aus. Und auch in der Bewegung. Und das ist ja auch das was meistens dann vorkommt. Es bewegt sich irgendetwas hinter einem anderen Objekt. Und dann sieht man halt das Ding hier in Bewegung. Was auch immer das dann ist. Und dann denke ich. Dann muss es auch gut aussehen. Es sei denn der verpixelte oder dieser Nachzieheffekt. Der passt irgendwie zu deinem Spiel. Aber das sind ja halt dann nur ganz wenige Fälle. Wo das dann okay ist. Und ja. Ich hoffe du hast da auf jeden Fall ein bisschen was gelernt. Und kannst das so auch mitnehmen. Wenn du noch andere Tipps und Tricks hast. Die du vielleicht auf deiner Dev-Laufbahn aufgeschnappt hast. Dann werfe sie auf jeden Fall in die Kommentare von dem Video. Dann können wir da vielleicht eine Sammlung aufbauen. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich lerne natürlich auch immer gerne dazu. Ist ja klar. Mehr habe ich jetzt hier dazu nicht zu sagen. Für mich ist das hier die beste Einstellung. Und ja. Ich hoffe du findest auch eine gute Einstellung für dich. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Das nächste was es zu beachten gibt. Ist eine bisschen kleinere Sache. Und ergibt sich auch aus dieser Gruppengeschichte so ein bisschen. Da das hier eine Gruppe ist. Verschmelzen die Outlines miteinander. Wenn die voreinander gezeichnet werden kann. Das kann cool sein. Das kann aber auch nicht gewollt sein. Deswegen achte darauf. Die verschmelzen dann einfach. Die werden dann komplett zu einer Outline. Und das zweite. Schau mal hier. Der ist ja auch ein Custom Stencil. Der das System benutzt. Und der hier hinten aber auch. Er wird jetzt hinter dem Stein gezeichnet. Auch hinter der Wand. Aber nicht hinter einem anderen Objekt. Was denselben Wert benutzt. Der verschwindet also. Und das kann man halt alles mit dieser Gruppendynamik. Die ich eben angesprochen habe. Dann komplett lösen. Übrigens wenn du Interesse daran hast. Dieses Post Process Material per Blueprint zu steuern. Dann lass es mich auch in den Kommentaren wissen. Außerdem. Kennen ist es wahrscheinlich sofort aufgefallen. Fehlt hier ein Pixel. Und zwar an jeder Ecke. Schau mal hier. Oder ich mach die mal ein bisschen größer. Die Outline. Da sieht man es deutlicher. Hier. Und hier. An jeder Ecke würde ein Pixel fehlen. Hier sieht man es auch ganz deutlich. Ich glaube jetzt hier nicht so. Aber jetzt hier wieder. Da. Da fehlt ein Pixel. Und. Das ist jetzt. Eine Design Entscheidung. Die du treffen musst. Wenn dich interessiert. Wie man das lösen kann. Dann hau es mir auch in die Kommentare. Das zählt dann auch unter der. Erweiterung dieses Systems hier. Denn. Das was wir jetzt hier. Für eine Seite. Für links gemacht haben. Müssten wir jetzt auch. Für links oben. Rechts oben. Unten rechts. Und so weiter machen. Das heißt. Wir bräuchten noch vier. Stränge hier dran. Und. Das ganze. Nur. Um. Diesen. Ein Pixel Bereich. Auszufüllen. Ich habe mir halt gedacht. Okay. Kosten nutzen. Technisch. Kommt das halt. Bei mir negativ raus. Das wäre mir dann halt. Zu viel. Gehen. Nur um das zu erreichen. Nur um diesen. Randbereich zu kriegen. Aber. Ist natürlich legitim. Wenn man das haben will. Kein Problem. Schreib es mir in die Kommentare. Dann füge ich das hier noch dran. Wenn du dir das gesamte Projekt runterladen möchtest. Kannst du das schon ab 1€ über Patreon tun. Der Link dafür ist in der Videobeschreibung. Schreib mir auch gerne in die Kommentare. Was dir besonders gut gefallen hat. Kritik natürlich auch. Supporten kannst du mich selbstverständlich auch über der Kanalmitgliedschaft. Und wenn du mal Hilfe brauchst. Komm einfach auf Discord vorbei. Und schreib deine Fragen rein. Und natürlich auch einfach. Wenn du nur ein bisschen quatschen möchtest. Oder mal dein Projekt zeigen möchtest. Das war es auch schon mit dem Tutorial. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt. Und ich würde sagen. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Unreal Engineer. Out. 2 5 Grafik 2 3 5 10 Packung 3 astically 5 2 5 6